Und nach oben. Wir sind raus aus dem Wasser. Hervorragend. Koutou. Koutou. Ich hab noch vier. Wie das aussieht, wenn ich so mit dem Fünften-Ein-Fingertipp-System arbeiten. Oh! Juhu! Hello! Na, meine Kameraden, meine Keyboard-Kameraden, die KKs, die Keyboard-Kameraden. Goldman ist der Oberbösewicht. Oh! Juhu! Bam! Der Wackelpudding ist da. Yeah! Also, nur tippen, wenn... Oh! Ah, das sieht man jetzt schon hier. Squeaky. Clean. Bam. Cradle. Snatcher. Das wird immer... Oh, nein! Ah, bam! Ich krieg eins in die Fresse und... Kann aber noch weitermachen. It's... Oh! Jetzt schnell das A drücken. Nein! Ah, Mann! Also, drei Continues leider nur noch. Wir sind auch schon im zweiten Level. Third. Bam. Jetzt hab ich ihn nochmal getroffen. Love get... Away. Oh Gott. Nurses. Oh. Gerade nochmal, ey. Add full. Das ist natürlich nochmal eine richtige Erschwernis hier. Immer wenn das so ausgeraut ist, kann ich... Äh, wird das nicht weitergezählt. Aber mit Ranked Seas komme ich jetzt ganz gut durch. Before he hits you. Das heißt, wir müssen schnell sein. Niobium. Was ist das denn? Wörter, die man nicht kennt, zu tippen ist noch schwieriger. So. Und nach oben. Trunchen. Das kenne ich. Bam! Ich glaube, das heißt so viel wie, ähm... Fallbeil oder sowas. Jailbreak. Gefängnisausbruch. Das kennt man auch. Und noch einmal. Komm. Sprich nochmal nach oben. Wackel nochmal. Und... Weird Smile. Das hab ich grad auf dem... In der Fresse. Ein merkwürdiges Lächeln. Damit dürfte er... Tot sein. Zurück in den... Schlamm, du Biest. Yeah. Der... Wie cool wir aussehen mit unserer Tastatur. So. Unser Rank ist wahrscheinlich wieder mal bemitleidenswert. Hey, wir haben uns verbessert. Von 59 auf 41. Geil. So. Äh... Nee, der ist ja rum. Päh. So. Diesmal auch ohne vertippen. Und wir sind im Chapter 3. Das war der Bösewicht. Der Oberbösewicht, der dieses ganze Zombie-Ding... Oh, geil. Ein Speedboot. Voll 80er. Juhu. Und diese Rucksäcke hinten drauf ist der Wahnsinn. Ich kann mich jedes Mal beömmeln. Oh, oh. Boah, jetzt muss ich mich echt konzentrieren hier. Ich finde einzelne Buchstaben tatsächlich manchmal etwas schwieriger. Boah. Letchus alone. Das ist ein Wortspiel. Letchus heißt so viel wie Salat. Oh nein. Of hope. Und very spicy. Und D. Oh, grad mal. Bye, bye. Oh nein. Ich häng. Bye, baby. Double two. Und L. Bam. Die sind echt... Diese... Diese Echse, die fliegen, die finde ich total schwierig. Oh. Tokareff und Chirp. Habe ich den gerettet, den Typen? Ich glaube nicht. Also, auf nach rechts. Oh. Board to death. Das hoffe ich nicht, dass ihr das seid gerade. Und about to die. Das sind alle Zombies hier. Und Mole Cricket. Was auch immer das ist. So. Ja, was denn schon wieder? D, äh, DNA-Testing? Ah. Die Citizens haben nicht viel Glück mit mir. Nicht schon wieder? Die scheiße Ächste hier. Die sind kaum wegzukriegen. B, B und D. Äh, Telefon. Das ist so, echt so diese... Diese... Yeah. Tranquilizer. Zombies haben wir in... Los. Oh, los. Und Man-Float. Ähm. Die Logos sind echt schlecht, ne? Mission. Und wir haben wieder eine 10-Zombie in 30 Sekunden. Those. Wham. Man muss sich hier richtig konzentrieren. Das ist richtig anstrengend. C. Guliens. Bang. Und Dosage. Und Ardent. Und Tempel. Oh, nein. Regret. Yeah. Geschafft. Wir haben einen Diamond dazu bekommen. Warum auch immer diese Zombies einen Diamanten bei sich haben. Smart Ass. Broad Grin. Oh. Oh, Gott. Einmal noch. Da. Das war ich zu langsam wieder. Dammit. Dammit. Das ist nicht. Ich habe, glaube ich, dieses Mal... Nein. Nicht schon wieder. Dammit. Field of... Hey. Gott sei Dank. It's not gas. Bam. Die ist weg. Salt Sand Witch. Bam. Auch weg. Fledermäuse. Juhu. Jetzt haue ich einfach mal auf die Tastatur. Mit der flachen Hand. Confusion. So. Seid ihr gut im Zehnfinger-Schreibsystem? Guckt mal im Internet. Es gibt auch, glaube ich, so ein paar Flash-Sachen. Die sind natürlich nicht so lustig wie das hier. Aber vielleicht lernt man da trotzdem was. Aber sicher doch. Hör mal. Da kann man nicht... Man weiß auch nicht, wen man zuerst wegmachen soll. Ach, die werden bestimmt auch alle sterben. So schnell, wie ich tippe. Wer bist du denn? Yeah. Juhu. What is it? Ich muss sagen, obwohl ich das schon so lange habe, ich habe es nie durchgespielt, weil es wirklich nicht ganz einfach ist. Questions build it. Display in the center of the screen. Type the answers. Ach, damn it. Darin hat mich auch nicht. Witches is a dinosaur. Stay go. Was? Du hast mir gar keine Zeit gelassen. Nochmal. Also, which is a disastrous thing? Disaster. Boah, das ist noch schwieriger. Ja, jetzt hier. Witch concerns pirates. Walk the plank. Das müsst ihr dann selber nochmal übersetzen. Who was king of England? James. Roberto bestimmt nicht. So, was haben wir noch? Which one is five letters long? Kings. Rank A. Yeah. Wir kriegen dieses Ding klein. Which is the type of fish? Cat. Ja, da habt ihr jetzt gewundert, warum das stimmt. Catfish gibt es. Which is mode of transport? Deadhouse bestimmt nicht. Expensive Yacht habe ich aber nicht hingekriegt. Which country is in Europe? Germany. Yeah. Und das war der Final Blow für diese merkwürdige, für dieses merkwürdige Wesen. Huch, die kommen jetzt wieder an hier. Alter Schwede. Rot in Hell. Du Wurm. Sob. Komm, 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 komm. Ja, was? Skin. Sehr gut. Eigentlich ist es von der Animation her ziemlich gut gemacht, muss ich sagen. Und die Grafik muss man natürlich sich so ein bisschen reinversetzen. Oh, Telefon schon wieder. Goldman sagt wieder, wo er ist. So. Yeah, Chapter 3. Wir sind gar nicht so schlecht. Ich bin, äh, mal gucken, was wir jetzt für einen Rank haben. 49, wir sind wieder so ein bisschen abgesunken. Weil ich mit diesen Extensivprobleme habe. Äh, no. Komm, hier nochmal. Rumpe. So, Chapter 4. Mal gucken, ob wir das noch überleben. Everything's set. All we need to do is wait. Wait. Despair. Verzweiflung. Amy and Harry have to hurry. So, auf geht's. Habs, äh, Habs, Berg und Cheerful. Uh. Da, Codroy. Keine Ahnung, was das ist. Und den Bezel kenne ich auch nicht. Nicht so einfach. Partygirls, die kenne ich. Trick or Treat. Und Elbow Grease. Äh, Elbogenfett. Sehr merkwürdige Wortkombinationen hier. Paw Reading. Und. Hollow Legs. Hollow Legs ist auch echt. Äh. C, I, O, Z. Da kommt man ja gar nicht klar hier drauf. So, ich glaube, ich werde jetzt, äh, jetzt allmählich Boasting und Wellborn. Ich werde jetzt allmählich. Ha. Äh. Scheitern hier. Repel all zombies in 30 seconds. Oh Gott, es wird jetzt immer schwerer. Numium. La 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 la. Trance. Was? Das ist falsch geschrieben hier, glaube ich. Post Lettrace. Oh Gott. No Spaces. Spaces here. Corn on the Corp. Und weh. Und Trance. Äh. Dammit. Ja, ein Continue. Unser letztes Continue. Ah. Isle Way. Ah, nein. Nix. Da gehen wir hinterher. Gucken mal, wo das hinführt. Contempt. So, ich glaube, das wird das letzte Level. Wir haben keine, äh, keine Marine. Und Beam me up. Kein Scotty. Aber immerhin Beam me up. Wahrscheinlich der nächste Schwierigkeitsgrad wäre da mit Scotty gewesen. So. Infatuated. Oh Mann. Mach mal nicht hier so schwierige Sachen. Ein Lifesaver. Einfachere Worte, bitte. Yeah. Oh, jetzt wird's richtig lang. Seht ihr schon? Cut down on. Oh. Jetzt muss ich mich hier sehr konzentrieren. Ein Life. Wir haben ein Leben dazu bekommen. Immerhin. Arm in Arm und Cremation. Toe to toe. Stuff it. Blard S. Hey, wir haben mal wieder jemanden befreit. Super. Der lebt noch. K und S. Hooligan. Und Yellow... Tail. So. Boasting und Potato Man. Ich will noch den Endgegner hier treffen. Chatterbox. Und Spooky. Und nach oben. Auf, auf, auf. Wir müssen ins Colosseum. Amy und dem anderen Trottel helfen mit der... Äh... Mit der Tastatur. Is this the Colosseum? Mhm. Hastily acquired. Und multi... Äh... Multi... Talented. Nein. Ah, damn it. Ich hab's noch geschafft, aber ich hatte mir einen abgezogen. Too good to... To be true. Und back to the studio. Aber ihr seht, jetzt werden die Sätze schon richtig lang. Das ist das Colosseum. Oh, oh. Ist das so schlecht gesprochen? I am Goldman. Uh, uh, uh. I don't care if you people try to get in my way or not. In time you'll find out who's right. Uh, 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 uh. This is a present from me to you. Look at your left. Was? Ah, nein. Chainsaw Massacre. Da sind Amy und der andere. Ist ja gut, dass die schon seit einer halben Stunde in dem Käfig eingeschlossen sind. Bin ich das? Was? Was war das denn? Plötzlich wie so ein fetter Typ. Mit der... Mit der Dings. Das war leider nicht mehr möglich, dass ich da den Endgegner auch nur ein bisschen schaden. zufüllen konnte. Insofern, dieses Let's Play endet hier. Ich glaube, es ist sowieso lang genug gewesen. Ich finde, es ist ein sehr witziges Stück Computergeschichte. Das habe ich ja am Anfang schon mal gesagt. Game over. Und damit, äh, wiedersehen und tschüss und bis zum nächsten Mal. Huhu-huhu. Type or die. Bye.